Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, aber das kann zu einem echtes Problem werden. Ja, aber das kann zu einem echtes Problem werden. Ja, aber dann ist es ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wo soll ich hin? Na, das frage ich mich auch. Wo sind sie? Das läuft ja aber gerade gut, äh, zu gut, um ehrlich zu sein. Wo lön? Ach, da oben war einer, toll, äh. Da oben! Das geht doch. Ja. Ich erinnere mich so ein bisschen. Oh je. Ich weiß, was hier kommt. Ich frage mich, ähm, die andere Route weiter rechts. Ob da vielleicht interessentere Sachen lagen oder so. Na, gut egal. War schwer genug. Ich fände keiner zu sein. Kann ja nochmal laufen. Den Trails hier aber war ziemlich gut zu gehen hier. Ja, okay. Ja. Okay. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, hier war ja auch ein Kampf. Okay gut, ich weiß, wo ich hier muss. Und zwar jetzt hier. Ja. Kann ich ihn umbringen? Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Das war gut, Kleine. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu schwächt. Der Typ ist der Typ, der Typ, der Typ ist doof, den, verkloop ich doch. Ey, was ist das denn? Ich hab den doch voll getroffen. Ey, komm, ja, klar. Okay, es ist halt nicht vorgesehen, gegen den Typ zu kämpfen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich keinen von diesen komischen Typen getötet hätte, hätte er jetzt keine Pistole gehabt, so hätte er mir auch keine Waffe abnehmen können. Ob der Ausgang jetzt irgendwie anders gewesen wäre, eine andere Sequenz, ein anderes Spielerlebnis. Ich lauf ja schon. Was ist der Typ? Oh nein! Bleib cool, du Affe! Ich hab dich doch lieb! Ey, was? So schnell kann das auch niemals sein! So ein Penner, ey! Achso, na jeden Treffer wollte neu gel... Laa! Okay, aha... ... Habe ich ne... gewisse zeitbegrenzung war das brenner da aber es wird auch schlimmer ich habe eine bestimmte eine bestimmte zeit muss ich den typ erledigen kann doch dort durchschießen bleibt doch cool mann ich hab dich doch lieb wo lag das andere mit die kid wie lag doch noch eins hier lag doch noch eins ich will das aufheben man hat mich gesehen ja wo ist der typ denn der ist da nein hat er mich doch gehört nein ich hab ich lieb du hast sie nein nein renn doch warum rennst du denn nicht elli elli warum konnte ich jetzt eben nicht rennen ich war ein spielfehler ich muss das nein ich bin ich nicht mindful mit mir散in mit mir sind ihre die Der Typ ist gut, das ist kein gewöhnlicher ADC. NIEMALS, NIEMALS, der hätte mich NIEMALS sehen können. NIEMALS, ich kann sowas von abfallen. Wenn ich ne Waffe hätte, wärst du tot, du Penner. NIEMALS, 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 NIEMALS. Klasse. Toll, ist jetzt... Man hört zwar immer die Klarscherben, aber ich kann das nicht immer so richtig beurteilen. Wo genau... Wie kann ich denn die Smitty Kids wegmachen? Ähm... Hallo, ich will das nicht. Na, die Sache ist ja die, wenn der mich von hinten greifen tut, bin ich auch normal nicht tot. Das ist ein ganz großes Problem. Boah, ey, ich bekomme hier Paranoia. Was ist der Typ denn, oder? Boah, der Typ, Alter. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Das ist der Weltmeister, der Typ ist gut. Ey, renn mal, ey, ey. Ey, das war... Darum ging das denn jetzt? Warum konnte ich nicht rennen? Ich verstehe das manchmal nicht. Ich bekomme Albträume von dem Typ. Von dort. Der muss von dort kommen. Da, 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 da. Hä? Hä? Der muss doch... Hä? Das kam doch ganz klar von links, das Geräusch. Hm, da ist er. Man muss den Typ eins lassen, er ist gut, er ist ein guter Fighter. Der muss doch ... Untertitelung des ZDF, 2020 Super, na toll Und ich muss mich jetzt hier durchschießen, oder was? Mit So gut wie Keine Munition Kann ich hier wenigstens ein bisschen was finden Das ist doch lächerlich, ey Leck mich doch am Arsch, ey Hab ich wenigstens eine Flasche Den greif ich mir doch von hinten Das habe ich nicht gehört, dann ist der Typ doof Ist der Typ doof Warum liegt hier denn auch nix Der nächste bitte Toll Marine Nein, nein, nein Toll, mein Lachs ist was kaputt Wo steckst du Also Immer Den Oberkörper treffen, da fallen sie gleich um Das war knapp Ob ich jetzt die Stange hier nehme Ich will den Pfeil aufheben Der ist kaputt Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wo es lang geht Da hat mich jemand gesehen Da hat mich jemand gesehen Ja, der Prinz hier schon Da sieht man uns hier auch Nein, nein, nein Nee, ich muss gucken, ob hier irgendwas liegt. Nix. Ein Gegner muss hier noch sein, ich habe das doch gehört eben. Da oben, ich habe keinen Pfeil mehr, na toll. Ach, shit. Der hat den einen Pfeil hätte ich mir aufsparen sollen, das konnte ich ja vorher gar nicht wissen. Hier rein klettern. Ups, das sieht nicht aus. Ich höre jemanden klettern. Den hätte ich so ausschlagen können, scheiße. Hier muss ich doch rechts rein gehen. Ich könnte mich doch eigentlich gar nicht sehen bei dem Wetter, das ist doch so löcherlich. Und das sind zwei. Den einen hätte ich jetzt erledigen sollen, das sind drei. Aber die Glocke ist so da hinten, da wollte ich mich verarschen. Hä? Muss ein riesengroßer Bogen laufen, oder was? Hier unten rum geht es gar nicht, oder? Ja? 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 Deine? Ja? Ja? Ja. NEIN! Ah, mein alter Kampfort! Hier schnapp ich...hier bin ich gut. Ist der Typ doof? Ja! Ja! Die haben keine guten, wir wollen zum Glück. Boah, was war das denn? Es ist nun nur einer. Und der ist wahrscheinlich jetzt gar nicht mit dir her gelaufen, oder was? Ja! 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 Wo ist der Typ? Unser helles steckst du, Arschgesicht! Der Interessierte wäre besser gewesen Hier ist noch einer, ich habe das gehört Oder? Man muss zugeben, die haben sich ganz gut was aufgebaut Übrigens, dieser, äh, der Pädophile, der erinnert mich so ein bisschen an den Governor Das könnte auch gut, gut Bury sein oder wie die Stadt bei der, äh, bei The Walking Dead hieß Ich höre diese Rucksack von Ellie Drum Zeichen Was ist das? Was macht Ellie's Zeug hier? Dann hat er Winter für die anscheinend Naja, gut, Herbst Was ist da hier noch? Oh Gott Ich muss sie finden Ich muss sie finden Dann liegt hier nix Was ist das? Oh scheiße, Ellie Was ist das? Na, Ellie! Achso, ich muss mich bewegen. Der ist hier genau hinter mir. Ellie, schneller, Ellie! Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Es ist keine Schande. Wollte ja nicht. Gar nicht deinen Stil, oder? Komm schon, Ellie. Leck mich! Du, so kannst mich. Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Schon. Ellie! Hör auf! Hör auf! Pass mich nicht an! Es ist okay, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier, hier! Ich bin's! Er wollte mich... Ich weiß. Okay, klar. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ich bin's! Es ist okay. Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Die Frühling, oder? Ali? 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 Hast du mich gehört? Nein, was? Da, Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. So, hier ist gespeichert. Hier sollte ich auch aufhören. Ich muss das auch noch mit dem vorgehenden Video, was jetzt glaube ich, das war jetzt irgendwie nur, ich musste da schon bei 20 oder 25 Minuten aufhören. Wenn ich da ein bisschen schnippel, kann ich das zu einem Video zusammenschneiden und ja, mal gucken, hoffentlich klappt das. Bis zum nächsten Mal.